Giuseppe Ciappella, genannt Beppe, war ein italienischer Fußballspieler und späterer Trainer. Als Aktiver spielte er für den SC Pisa und den AC Florenz, mit dem er 1956 italienischer Fußballmeister wurde. Als Trainer betreute er zunächst auch die Fiorentina und holte hierbei zweimal die Coppa Italia und einmal den Europapokal der Pokalsieger nach. Florenz. Später trainierte er noch zum Beispiel den SSC Neapel, Chagliari-Calzico und Inter Mailand. Spielerkarriere. Giuseppe Ciappella wurde am 28. September 1924 in San Donato Milanesa, einer norditalienischen Stadt in der Lombardei nahe Mailand geboren. In Folge des Zweiten Weltkrieges zog er mit seinen Eltern später nach Pisa, wo er auch mit dem Fußballspielen begann. Im ersten Nachkriegsjahr 1946 unterschrieb er einen Vertrag beim örtlichen SC Pisa. Bei dem Verein spielte Ciappella bis 1949 und machte in dieser Zeit 97 Spiele und vier Tore für den SC Pisa. 1949 schloss er sich dem AC Florenz an, der damals zu den Spitzenmannschaften im italienischen Fußball zählte. Mit der Fiorentina war Giuseppe Ciappella in den folgenden elf Jahren sehr erfolgreich und gewann in der Spielzeit 1955 56. die italienische Meisterschaft. Als man erster wurde in der Serie A mit zwölf Punkten Vorsprung auf den AC Mailand. Durch die Meisterschaft 1956 war der AC Florenz zur Teilnahme am Europapokal der Landesmeister 1956 57. berechtigt. Wo man nach Siegen über IFK Norköping aus Schweden. Gresshopper-Club Zürich aus der Schweiz und Roter Stern Belgrad aus Jugoslawien ins Endspiel einzog und auf Real Madrid traf. Gegen das weiße Ballett wie die Mannschaft von Real Madrid jener Tage um Spieler wie Raymond Koper, Alfredo Di Stefano oder Francisco Gento genannt wurde. Er wies sich die Mannschaft der Viola jedoch als nicht stark genug und unterlag im Endspiel im Madrida Estadio Santiago Bernaboy mit 0 zu 2. Im Liga-Betrieb verlief die Saison 1956 57. ähnlich erfolgreich wie die vorherige. Diesmal reichte es nach Ablauf aller Spieltage aber nur zur Vizemeisterschaft mit sechs Punkten Rückstand auf den AC Mailand, den man im Vorjahr noch auf den zweiten Platz verweisen konnte. Auch in den folgenden drei Jahren bis 1960 wurde der AC Florenz, wo zur damaligen Zeitspieler wie Verteidiger Sergio Zervato, Torhüter Enrico Albertusi oder Schwedenstürmer Kurt Homren unter Vertrag standen. Drei weitere Male Vizemeister zweimal hinter Juventus Turin und einmal hinter dem AC Mailand. Des Weiteren erreichte man zweimal das Endspiel um die Coppa Italia, verlor aber jedes Mal. Am 24. September 1958 hatte man gegen Lazio Rom mit 0 zu 1 das Nachsehen. Zwei Jahre später stellte Juventus Turin eine zu große Hürde dar. Die Finalniederlage gegen Juventus Turin in Rom stellte den Karriereabschluss von Giuseppe Ciappella beim AC Florenz dar. Im Alter von 36 Jahren endete die aktive Laufbahn des Vorstoppers im Sommer 1960. Für den AC Florenz war er in 329 Spielen der Serie A aufgelaufen und hatte darin fünfmal das gegnerische Tor getroffen. Zwischen 1953 und 1957 brachte es Giuseppe Ciappella auf 17 Länderspiele in der italienischen Fußballnationalmannschaft. Ein Torerfolg gelang ihm dabei nicht. Sein Länderspiel-Debüt gab er unter Nationaltrainer Carlino Beretta am 13. November 1953 beim 2 zu 1 Erfolg der Italiener in einem Freundschaftsspiel gegen Ägypten in Kairo. Genau einen Monat danach erlebte er sein zweites Länderspiel. Beim 3 zu 0 gegen die Tschechoslowakei am 13. Dezember 1953 in Genua gehörte er der italienischen Mannschaft an. In der Folge machte er 1954 nur ein Länderspiel und wurde auch nicht für die Fußball-Weltmeisterschaft in der Schweiz nominiert. Erst Anfang 1955 setzte ihn der neue Trainer Lachos Cisler wieder ein. In Stuttgart bewann Italien mit 2 zu 1 gegen Deutschland. In der Folgezeit entwickelte sich Giuseppe Ciappella zum Stammspieler in der Nationalmannschaft und kam bis 1957 auf 13 weitere Länderspieleinsätze, ehe seine Laufbahn in der Nationalmannschaft 1957 endete. Sein letztes Länderspiel machte Ciappella am 22. Dezember 1957 in Mailand gegen Portugal. Trainerkarriere Im Sommer 1960 wurde Giuseppe Ciappella Nachfolger des Argentiniers Luis Canaglia als Trainer des AC Florenz. Zu Beginn des Jahres 1961 wurde er jedoch aufgrund von mangelndem Erfolg entlassen. Zuvor war zu bemerken, dass die Leistungen der Fiorentiner in Heimspiele und Auswärtsspielen sehr unterschiedlich waren. So sprangen im heimischen Stadio Atemio Franchi meist deutliche Siege heraus. Auswärts spielte man auch gegen schlechtere Mannschaften, oft Remi oder Verlurgar. Nachfolger von Ciappella wurde der Ungarn und frühere Weltklasse-Spieler Nendor Haidt Kutti. Unter Haidt Kutti gewann der AC Florenz in der Saison 1961 die Coppa Italia im Endspiel gegen Lazio Rom und den Europapokal der Pokalsieger gegen die Glasgow Rangers. Obwohl er zum Zeitpunkt des Titelgewinns nicht mehr Florenz-Trainer war, gebührt Giuseppe Ciappella dennoch ein gewisser Anteil an den beiden Titelgewinnen, da er die Mannschaft im ersten Teil der Saison betreut hatte. Haidt Kutti war bis 1962 Trainer der Viola. Danach wurde er durch den späteren italienischen Nationaltrainer Forocio Valkareggi ersetzt, der seinerseits bis 1964 in Florenz koachte. Ehe er zu Atalanta Bergamo ging. Im Sommer 1964 berief die Führungsetage des AC Florenz Giuseppe Ciappella zum neuen Trainer der ersten Mannschaft. Daraufhin führte Ciappella das Team in der Serie A 1964 65 auf den fünften Rang und erreichte damit die Teilnahme am Messestädtepokal des folgenden Jahres. Wo jedoch bereits früh gegen den tschechoslowakischen Vertreter Spartak BRNOZJS kam. In der italienischen Liga wurde Ciappella mit Florenz in der Spielzeit 1965 66. Vierter einzig hinter Inter Mailand, dem FC Bologna und Aufsteiger SSC Neapel. Im gleichen Jahr erreichte Ciappelles Mannschaft das Endspiel um die Coppa Italia, wo man auf den süditalienischen Zweitdivisionär US Catanzaro traf. Das Finale wurde von der Fiorentina mit 2 zu 1 nach Verlängerung gewonnen. Das entscheidende Tor in der vorletzten Minute der Verlängerung erzielte Mario Bertini. Durch den Gewinn des italienischen Fußballpokals war der AC Florenz startberechtigt für den Europapokal der Pokalsieger 1966 67. Wo man jedoch bereits in der ersten Runde am ungarischen Capsigaraba Eteogür scheiterte. Die folgende Saison, 1966 67, war die letzte von Giuseppe Ciappella als verantwortlicher Trainer des ACF Fiorentina. In der Serie A belegte man den fünften Platz und schied im nationalen Pokal im Halbfinale gegen Inter Mailand aus. Zur Spielzeit 1968 69. wurde Giuseppe Ciappella Nachfolger von Bruno Pesaola als Trainer des SSC Neapel. Mit Pesaola tauschte er die Arbeit. Dieser wurde neuer Trainer des AC Florenz und holte mit der Viola in seiner ersten Saison die italienische Meisterschaft. Ciappella gelangen solche Erfolge mit dem SSC Neapel nicht. Wobei durchaus akzeptable Platzierungen in der Serie A unter der Ägide Giuseppe Ciappelles heraussprangen. Nachdem man in den ersten beiden Jahren mit Trainer Ciappella stets Platzierungen im Mittelfeld der Liga erreicht hatte, belegte die Mannschaft des SSC Neapel in der Saison 1971 den dritten Platz in der ersten Liga. Man musste nur den beiden Mailänder Vereinen Inter und AC den Vortritt lassen. Dabei stellte die Napoli-Mannschaft mit nur 19 Gegentoren die beste Verteidigung der italienischen Elite-Liga. Nicht so gut lief es dagegen in der Folgesaison, als am Ende nur Rang 8 belegt wurde. Auch im UEFA-Pokal 1971, 72. schied der SSC Neapel bereits in der ersten Runde mit 1 zu 2 nach Hin- und Rückspiel gegen den rumänischen Vertreter Rapid. Bukarest aus. 1972, 73. konnte Neapel die Vorjahresplatzierung fast bestätigen. Es wurde nach Ablauf aller Spieltage mit Platz 9 erneut eine Mittelfeldplatzierung erreicht. Im Vorjahr war Giuseppe Ciappella mit dem SSC Neapel ins Endspiel um die Coppa Italia vorgedrungen, wo man jedoch dem AC Mailand mit 0 zu 2 unterlegen war. Nach Ende der Saison 1972, 73. verließ Giuseppe Ciappella den SSC Neapel und wurde neuer Trainer von Chagliari Calzico. Der italienische Meister von 1970 hatte sich in den Jahren nach der Meisterschaft im Mittelfeld der Liga etabliert und belegte auch in den 2. Jahren der Trainerschaft Ciappelles mit 2 Mal Platz 10 nur Ränge im Mittelfeld der Serie A. Im Saisonverlauf 1974, 75. wurde Giuseppe Ciappella wegen Erfolglosigkeit entlassen und durch den späteren Meistertrainer des AC Turin, Luigi Radice, ersetzt. Im Sommer 1975 wurde er dann Coach von Inter Mailand, das er in seiner ersten Saison auf den 4. Platz der Serie A führte. Die gleiche Platzierung erreichte man in der darauffolgenden Saison 1976, 77., ehe sich die Wege von Inter Mailand und Giuseppe Ciappella trinken. In seiner letzten Inter Saison führte Giuseppe Ciappella das Team um Spieler wie Verteidiger Gael Intu Faccetti, Mittelfeldakteur Sandro Masola oder Angreifer Pietro Anastasi ins Endspiel um die Coppa Italia, wo man allerdings dem Lokalrivalen AC Mailand 0 zu 2 unterlag. Nach seinem Abschied von Inter Mailand koachte Giuseppe Ciappella in der Folge nur mehr kleinere Vereine mit relativ wenig Erfolg. So war er, nachdem er 1978 noch einmal kurzzeitig die Fiorentina trainiert hatte in der Serie A 1978, 79. Coach von Hellas Verona. Mit dem er prompt als Tabellenletzter und nur 15 erreichten Punkten in 30 Ligaspielen in die Serie B abstieg. Er ging dann zum SC Pisa, seinem Heimatverein-Ausspieler, wo er in der Serie B 1979 80. den 14. Rang erreichte, was den Ansprüchen der Führung des SC Pisa nicht genügte. Nach der Trennung vom SC Pisa wurde Giuseppe Ciappella ein Jahr später neuer Verantwortlicher an der Seitenlinie beim 2. Divisionär Pescara-Calsico, wo er mitverantwortlich war für den Abstieg des Vereins in die Serie C1. Man wurde letzter der Serie B mit nur 17 erzielten Punkten und 19 Zählernrückstand auf einen Nicht-Abstiegsplatz. Zwei Jahre nach dem Abstieg mit Pescara bekleidete Giuseppe Ciappella sein letztes Traineramt, als er ein Jahr lang den AC Arezzo als Trainer führte und nur knapp den Abstieg aus der 2. Liga vermiet. Danach zog sich Ciappella aus dem Fußballgeschäft zurück und lebte in Mailand. Am 26. Dezember 2009 starb Giuseppe Ciappella im Alter von 85 Jahren in Mailand. Nachdem er bereits in den Jahren zuvor an einer Lungenkrankheit gelitten hatte. Erfolge Als Spieler italienischer Meister Eins Mal 1955 56 still mit dem AC Florenz Wiesemeister 1956 57 still 1957 58 still 1958 59 still und 1959 60 still mit dem AC Florenz Finalteilnahme im Europapokal der Landesmeister 1 Mal 1956 57 still mit dem AC Florenz Niederlage gegen Real Madrid Finalteilnahme in der Coppa Italia 2 Mal 1958 und 1959 60 still mit dem AC Florenz Niederlagen gegen Lazio Rom und Juventus Turin Als Trainer Europapokal der Pokalsieger 1 Mal 1960 61 still mit dem AC Florenz Italienischer Pokalsieger 2 Mal 1960 61 still und 1965 66 still mit dem AC Florenz Finalteilnehmer der Coppa Italia 2 Mal 1971 72 still mit dem SSC Neapel Niederlage gegen den AC Mailand 1976 77 still mit Inter Mailand Niederlage gegen den AC Mailand 1 Mal Battlefield 9 1 Mal 1 Mal 3 Mal 2 Mal